Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hardcore Und ja, wir waren in der letzten Folge noch in der Höhle Ich habe keinen Plan mehr, wo wir genau sind Aber das macht ja nix, oder? Das macht ja nix, gut Gut, okay, Minecraft Sound haben wir auch Ich dachte nämlich kurz, wir haben keinen Sound Aber nö, haben wir, gut Gut, 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 gut So, das ist nur ein bisschen leise auf meinen Ohren Ich mache nochmal ganz kurz den hier So, gut, jetzt höre ich auch Wasser, schön Ähm, hier geht's runter Ähm, was haben wir denn schon alles? Es ist echt schon lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe Beziehungsweise die erste Folge Und Da ist ein Zombie Super Da ist ein Zombie Ich nehme hier nochmal die Kohle mit Weil Kohle ist doch schön Und Kohle ist wunderbar Und nehme ich auf? Ja, ich nehme auf Das ist auch schön Super Super, super, super Und es ist schön hell Und Äh, ich glaube ich habe einen tollen Spot für meine Unterkunft gewonnen Aus Versehen Äh, weil ich eben noch Screenshots gemacht habe Von der Map hier Und Da, 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 da Kurz orientieren Okay Ähm Hier raus Boy, Screentearing ist echt schlimm Äh, da oben Glaub ich Ähm Ich, äh, versuche mich mal irgendwie hier raufzubauen Oder eben ein bisschen raufzuklettern In der Schaufel haben wir leider keine Okay, ne, warte, das war nicht hier Das war Nicht hier So Ja gut Das war die Windows-Taste Ähm Wo war denn das? Heißt es nicht mehr Schwierig Äh, ähm, ähm Ähm, 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 ähm Warte mal Da reingehen Kommen wir dann hin Jungs Hier ist Sackgasse Äh, toll Das ist wunderbar War das? Nein, war es nicht Ich weiß es nicht mehr Nicht ehrlich bin Ich weiß es nicht mehr Ähm Vielleicht findet man es aus Versehen Ich werde jetzt einfach ein bisschen weiter farmen Ich dachte echt, das wäre da oben Wenn das da oben ist, dann da ganz oben Hm Das wäre eine Möglichkeit So, ich werde einfach hier weiter farmen Ich werde vorher noch ein bisschen Holz holen Ohne Holz Haben wir bald keine Fackeln mehr Und ohne Fackeln sind wir bald tot Das ist so Nicht gut Ach komm La 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 Oh, hi Oh, seien es vierte Ganz vergessen So Da oben liegt noch Holz Gib Oh 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 Okay Okay Okay, okay, okay Gut Es ist ein Riesenbaum Ist nicht so gut Aber naja Holz bekommen wir trotzdem La 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 Ich werde bald mal eine Baseball irgendwo Deshalb wollte ich da auch direkt rauf eigentlich Ähm Eigentlich Eigentlich So Okay Okay, mal einen kleinen Teich Ähm Boah ey Das Gelände hier ist, äh Ja Genau Genau so Ich nehme kurz die Köhle Die Köhle, genau Die Kohle mit Und dann gehen wir zurück in die Höhle Weil es dann jetzt eh Nacht So Dann schauen wir Weiter nach unten Mal schauen, wie lange wir überleben Mal schauen Gut Gut, gut, gut Ähm Und was ich letzte Folge noch nicht, äh Gesagt habe Weil ich es noch nicht wusste Ist Dass ich die Folgen auf Twitch Und auf YouTube hochlade Also wenn ihr mir auf Twitch noch nicht folgt Link ist in der Beschreibung Oder einfach nach P90is suchen Äh Selbiges gilt für YouTube Ähm Wenn ihr das auf Twitch guckt Könnt ihr auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen Einfach P90is eingeben Dann findet ihr mich auf jeden Fall Und Ja Ja So Aua Okay Ich habe Angst ein bisschen So Da hätte ich nämlich was Grünes gesehen Das ist nicht so gut Crafting like a pro Oh Okay Da mische ich mich jetzt mal ganz kurz nicht ein Äh Ich leuchte hier oben nochmal ganz kurz ein bisschen aus So Okay Hier geht es wieder raus Wollen wir ja nicht Ähm Oh Hi Der Creeper hat sich wieder mal ausgehöhltet Man weiß es nicht So Da geht es noch weiter runter Das ist gut Das Screen Tearing ist echt schlimm Bauen hier New Recipes unlocked Schön Wir bauen hier das Eisen ab Haben wir denn schon eins gefunden? Ich glaube das ist das erste Ne Ah das ist toll Das ist toll So Ich höre Viecher Aber wo Aber wo Ist eine gute Frage So Gut Hier das Eisen nehmen wir natürlich auch gleich mit Gar keine Frage Äh Ich werde mich dann gleich mal irgendwo hinstellen Und das ganze schmelzen Zwecks Schwert und Rüstung Weil So möchte ich nicht Allzu weit runter gehen Mit Steinsachen Und das dann brauchen wir sowieso Eine Eisenspitzhacke Für Diamanten Sobald wir die ersten Diamanten gefunden haben Und eventuell auch ein bisschen Ähm Obsidian abgebaut haben Können wir uns wieder raufbegeben Und dann wären wir wahrscheinlich unsere erste Bude worden Bäää Ja Das war Nicht so schlimm So zu essen haben wir nichts mehr Das ist nicht so gut Aua Ich kann mich gerade nicht Nach rechts bewegen Warum auch immer Und hier geht es runter Da 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 Hi Creeper So La 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 Okay Naja Ich hoffe ich bin hier jemals wieder raus Aber es wird schon irgendwie werden Gut Äh Ich stelle mal ganz kurz hier Die Werkbank auf Das Öfli nebendran Dann Kohle und Eisen Äh ich mache noch ein paar mehr Öfen Zwei an der Zahl Weil wir eben noch mehr brauchen So beziehungsweise schnell da was brauchen Super Super Mach mir hier gleich mal ein Schwert Äh so Gut Machen wir schon mal ein Eisenschwert Das ist super In der Zwischenzeit Brauche ich hier die Kohle mal ab Weil Das Bessere haben wir eh gerade nicht zu tun Und dann werde ich mir auch gleich eine Eisenspitzhacke mitnehmen Und eventuell auch ein bisschen Rüstung Je nachdem wie viel sich halt ausgeht Und dann begeben wir uns weiter runter Ähm Ein bisschen Essen wäre noch schön Das wäre echt schön Das wäre super So Ich werde da jemanden rumlaufen Ah wahrscheinlich da unten Gut Ich springe hier ganz freudig durch die Gegend Und baue ein bisschen Kohle ab Das ist doch schön Ach ja So Tatjama Tatjama Ein Träumchen So Können wir uns gerade noch eine Eisenspitzhacke bauen So Äh Natürlich so Dann Eine Brustplatte geht sich aus Ein Höschen geht sich aus Ähm Helm geht sich aus Aus genau Ja Ich wollte eigentlich auch aussagen Aber Ja Ja Und die Boots natürlich auch Schön 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 Und ich sollte dafür echt nicht die Eisenspitzhacke benutzen Weil die brauchen wir noch Für andere Dinge Wie zum Beispiel Dears abbauen So Apropos Dios abbauen Weiter geht's Da geht's rauf Da geht's rauf Da geht's runter Ich möchte den Gang hier mal erforschen Ganz kurz Äh Wurde eigentlich ganz hervor Schon damit wir hier Schon in Ruhe Eisen und Coop bauen können Sieht nicht so aus Als hätte der ein Ende Naja Ich nehm das Eis mal mit Weil das werden wir noch brauchen Definitiv Ähm Dann kann ich nämlich gleich die Steinspitzhacke wegwerfen Beziehungsweise Aus der Hotbar nehmen Wollen wir hier noch ein bisschen mehr mit haben So Gut 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 Dacht ich's mir fast Das ist ne Falle So Dann gehen wir hier wieder zurück Schauen auch hier nochmal ganz kurz Ob wir hier noch was finden Das brauchbares Kohle Aber mittlerweile genug Erstmal Über drei Stacks Also das reicht Grad mal so So Natürlich nehm ich hier auch das Eisen mit Gar keine Frage Höh Das hätte in die Hose gehen können Hey ihr Scheiße Wo kam der denn her Uiuiui Die kleine Saudi Das hätte in die Hose gehen können Äh Noch mehr Okay Nö Dachte ich hab noch mehr Eisen gesehen Alter Es ist ja riesig hier unten Das wird hier sind So Ein bisschen sparen mit den Fackeln Weil das war die letzte Come on So Ich hab doch Shift gedrückt La 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 Oh hi Okay Okay Hier geht's wieder hoch Das ist ja eher weniger Erfreulich Oh Eine Schaufel Ich sollte mich nicht schlagen lassen Das wär ganz schön Ah du magst auch noch Lässt dich anrichten Gut Gut Da Kommt mir den her So Oh Gott Baby Zombie Nie gut Da geht's weiter runter Äh 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 Uh Achso da vorne Was geht der denn Hi Sind's wo Oh Aua Ich hätte ein Shift craften sollen Äh Wo ist der Baby Zombie Ich hab so Angst Dass uns der gleich irgendwo runterschubst Das ist echt Nervenkitzel grad Ich würd sagen Wir gehen mal wieder ein bisschen weiter rauf Naja Gut Die Ecke Nehm ich noch mit Dann Gehen wir ein bisschen weiter rauf So 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 Gut 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 Wir sind halb tot Und halb tot Äh Läht es sich nicht so gut Hab ich gehört Aus vertraulichen Quellen Äh Ging aber schnell Dass wir da oben sind Ja gut Ähm Gut 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 Das ist doch schön Da wir hier wieder raus sind Wir gehen dann eh gleich nochmal rein Ähm Nächste Folge Äh So Da oben ist der Spot Da Ich hab mich doch nicht geirrt Da oben Äh Gut Wir werden uns hier nächste Folge noch was zu essen suchen Und dann gehen wir wieder runter Holen uns kurz ein paar Digas Ein bisschen Obsidian Und Ja Gut Dann sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin macht's gut rein Ich bin raus Und Ciao 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 Wie Wie Untertitelung des ZDF, 2020